7,10 Alter, das kann nicht sein Ja, 6,10 Ralf, der sitzt da oben im Glitch Ich treff ihn einfach nicht Schwebeladung eingesetzt Den kannst du da nicht rausholen mit Normalfeuer Wir brauchen einen Samenbus Ich krieg nichts dann Ey, leider auch nicht mit einer Schwebeladung Ich hab es gerade nämlich probiert Ja, er hat gerade Granatik 2 Mann, dieser Scharnon Scheiße, du Untermensch, Alter Guck mal, wie er im Tunnel steht Und seine fetten Mutter die Kekse backt Wer ist denn der Penner, der im Glitch ist? Welchen Alarm hat der? Ähm, weiß ich nicht Weil von den Abschüssen sie alle scheiße lauten irgendwie Der nächste, der am Gammeln ist Ach, scheiße Hier, er lackt rum Evolution 18 Nur am Lacken, Mann Ach, da liegt einer, äh Lecko, Mino, Pen Alter, Junge Ja, Granate, ey Willst du mich trollen, Granate? Oben ist einer rein Balkon Balkon Wir gewinnen diesen Kampf Was? Der sitzt hier mit der Ajax-Sonne, der Hurensohn Ah, alles klar Lade gleich danach wieder hoch den Clip, Junge Dieser Hurensohn Drohne nähert sich Ja, und er sitzt hier oben drin Eiskalt, guck's dir an, er steht direkt neben mir oben Jetzt läuft da rum, damit er mich kriegt Welcher war das von denen? Der letzte unten Mit 8-2 Ja, mit dem H7 Dann ist er so scheiße, ernsthaft? Ja, aber wir haben ihn dann auch vor Augen rissen Der Vollidiot Du kannst hier nicht gewinnen Aber das mag ich Aber das mag ich So, ich muss die Party kurz auflösen Ich muss mir das angucken Und dann lade ich, wenn ich mir das angeguckt habe Bei dem, lade ich das da instant hoch Ah, geh rein rauchen, passt Ja, also ein Schuss Gute Idee, gute Idee Gute Idee, gut Genau Alter, Goshi muss bis Samstag warten Wie? Wie geht das? Ich muss einfach bis Samstag warten Ah, Mann Er fahr halt aus dem Nachmann immerhin gefallen könnt immer alle bitte den melden habe ich war davor 30 15 oder eingeladen ach ich muss ja ins kino hinweg trotter ok wählen zum spieler gespielt den dreck was dauert daran so lang schick dir mal alle eine einladung in die sprachpartie nicht mehr los hätten mal fragen was ich dabei denke ich gleich direkt anscheinend ich habe mich schon im kurs ich bin zuerst was sagen nein 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 warte einfach mal der kommt eh nicht der trotz eh nicht vermutlich mal auch weil er jetzt noch weiß was er falsch gemacht hat auch hier er ist jürgen er ist jetzt nicht ja 25 gleich mal vor zu von grund auf falsch schreiben kommen einladung sind drei oder wurde er gleich geholt oder von spontanen auch da wurde er schon wieder von spontan herrn der mutter vollidiot feindliche drohne gesichtet achtung feindliche vorräte von oben achtung feindliche entdeckt was ein kruppel mit 26 jahre was ich denke ich guck mir die mutter an und lade danach den clip hoch dann wird er gemeldet von mir feindliche drohne nähert sich hat er in die sprachpartie eingeladen feindliche einheit entdeckt die macht er glaube ich dauernd hat er reif er hat schnell feuer drauf wie kann man denn granaten da rausschmeißen okay das geht also auch auch dafür hat er die karriere achtung feindliche drohne nähert sich ich habe es noch weiter feindliche vorräte über uns so und dann kriegt er nur noch einen abschuss und dann spielt er was ein krüppel Achtung feindliche schwebeladung gesichtet jetzt weh kriegt er ok wir warten bis wir haben die 16 anschlötter den spasten er kriegt geglitscht ach er spricht mit seiner raum ich habe gerade keine vorgrillen du hast gleich vorbei naja jeden abschuss krieg ich ja nur da zu welchen vor drei wie sehr spaß du vollidiot guckt sich das das wird eine niederlage mehr anstrengen den abschuss krieg ich ja nur auf Alf genau wenn ich hier ein kleiner dreckskrabbel Achtung feindliche drohne nähert sich daug dir immer einen festen weiter vor was immer bitte einen festen weiter vor noch einen sehr wunderbar du solltest alle zu mir rein weiss ich nicht hat sich spontan so ergeben so ich bin mit dieser verantwortung kann ich doch gar nicht quasi ne verstehst du ja dann kriegst du schon hin du bist schon ein bisschen groß auch nur ein bisschen hehehe ein kleines bisschen oh ich liebe ektrischen älter dauert so ewig eh du aus dem links raus kommst ja aus dem links reden hast du das zusammengeguckt von ihm oder was ja und jetzt gehe ich mal hier raus öffentliches spiel scherz